Da haben wir ziemlich viel zu tun, wenn wir das hier gerade ausbauen wollen. Hast du das Ding jetzt gebaut, oder was? Nein! Dann bauen wir es doch endlich wieder. Ja, wohin? Ja, da, wo ich jetzt nur die ganze Zeit gesagt habe, wo du das hinstellen soll. Alter, ich stelle das jetzt hier hin, ist mir kackegal, Alter. So, Territorium. Warte mal, geh mal weg. Ah, du kannst da echt, du kannst uns da zubringen, oder wie ist das jetzt? So, äh, autorisieren. Was? Autorisier... Gebietname. Autorisierter Spiele bist du. Warte mal, ich mach mal einen Gebietsname. Äh, 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 die, der Dreier. Ja, genau, so wie bei Dings. So. Ja, Name ändern. Der, Gebietname ist der Dreier. Autorisierter... Kann ich dich irgendwie... Kannst du uns da jetzt irgendwie mit reinnehmen? Weiß ich nicht. Oh, ich bin jetzt autorisierend. Ja, da, hier geh du auch mal drauf. Hm. Einfach autorisieren drücken. Aber kann das dann jeder? Ja, ich denke schon. Da hab ich. Du musst AUTORISIEREN drücken. AUTORISIEREN, ja genau, okay. So, und jetzt? Fertig, Spielende, oder was? Das Ding müssen wir einbauen, dass hier kein anderer Rad rangehen kann. Vielleicht kann man dann hier wohl spawnen. Aber... Nee, ich glaub nicht, dass man hier spawnen kann. Ich weiß es nicht. Wir müssen erstmal herausfinden, wie wir Scheißwände bauen. Warte mal. Okay, komm, das muss das... Schucken wir das mal mit dir an. Verwendet, um Gebäude zu zerstören. Titanium, Eisen... Vielleicht brauchen wir eine Spitzhacke. Okay. Wenn eine Spitzhacke ist, dann nur zum Abbau. Werkbankfeuer, Steinspitzhacke. Eisenspitzhacke. Oh, Eisenspitzhacke, alter. Du brauchst zum Beispiel später auch Dynamit, um bestimmte Ressourcen für C4 und sowas zu kriegen, brauchst du dann Dynamit und alles. So, Beton. Bei Beton war man schon geblieben. Beton haben wir ja jetzt. Benutzt, um Gegenstände herzustellen. Okay, dann brauchen wir vielleicht die Feuergru... Nee, Quatsch. Hier Hochofen, weil da steht, verwendet zum Kochen von Speisenschmelzen und von Metallien und warm zu... Ofen und Bohr. Stopp, ich höre Schritte. Automatisch. Schst, schst, schst. Braucht jemand ab. Riechen, kriechen. Oh, oh. Der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Hundertprozentig, der hat eine Waffe. Die Flitzpieper, leider. Oh, der zielt. Wo bist du denn? Er hat geschossen. Oh, der schießt. Da unten rennt noch einer. Ab ins Gebüsch, Alter. Ab ins Gebüsch. Im Gebüsch sieht uns jemand. Wir werden so sterben. Niemals. Bogen aufspannen und dann zielen. Um die Ecke. Ja, trau dich. Stopp, stopp, stopp. Nicht bewegen. Nee, nee, ich bewege mich nicht. Daniel, läufst du? Nein. Irgendwas läuft hierher. Hört ihr das? Nee, da unten liefen Hase schnell weg. Das heißt, da muss ein Spielball unten laufen. Hat jemand... Ja, da hat jemand geschossen. Eh, nie wahr. Leider ist, wenn man schleicht, dass man das an niemanden hört. Das ist geil. Äh. Nicht, dass er jetzt an unseren Totempfahl da rangeht, den wir gerade gebaut haben. Wollen wir ihn alle angreifen? Ich meine, der hat keine Chance gegen drei. Na oben. Oben auf dem Berg. Hinter uns. Der kommt von der Burg. Der zielt, der zielt. Ja, dann geht doch mal aus dem Weg hier. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wir haben ihn verschissen. Wir haben verkackt. Und unten ist noch einer. Alter, das sind zwei. Die sind zwei. Du lauf doch, alter Schwede, ey. Schön weglaufen, schön weglaufen. Scheiße, da ist ein falscher Weg. Ja, da ist ein falscher Weg. Aaaaah. Sock hast du. Aaaaah. Leid geschossen. Nicht da runter springen, nicht da runter. Okay, das könnte wehtun. Ne, alles cool. Okay, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Den Berg hier wieder hoch, den Berg wieder hoch. So einmal im Kreis laufen. Boah, dass man ewig umgebracht werden will. So stopp, hier, hier, hier ist gut. Wo seid ihr denn? Hier oben ist sogar eine Werkbank. Stopp, wo seid ihr? Hallo. Hallo. War doch bei dir. Ne, Daniel ist bei mir. Wo bist du? Hallo. Wir sind weiter hier links, glaube ich. Nein, nein, nein. Kommt den Berg komplett hoch. Wir schreiben über uns glaube ich gerade im Chat drei oder je nachdem. Bist du oben bei dem Häuschen hier? Ja. Ja. Uiuiui. Da unten sind zwei Werkbänke. Und da hinten ist... Oh, Alter. Ich will hier nicht sterben. Kann man das Haus übernehmen oder so? Ne, da schreibt einer. Hi, ich bin neu, bitte vergewaltigt mich nicht. Hey, ich könnte versuchen ins Haus zu springen, aber ich komm halt nicht mehr raus, ne? Außer du kannst das Totem übernehmen. Meinst du? Soll ich's mal probieren? Ist da grad jemand im Game geredet? Hüup! Nein, ich komm da nicht rüber. Es fängt nach zu regeln. Oh, nee. Oh nein, okay, wir werden nur feucht, das ist egal. Da unten läuft er. Er baut jetzt wieder ab. Hatschi! Verdammt, ich komm nicht rüber. Er rennt jetzt wieder... Oh, da ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist ein Stein, den muss ich mitnehmen. Hol, das ist so dumm, wo wir jetzt gebaut haben. Wir sind einfach zu viel. Alter, ich bin... Ich bin fest. Ja, das heißt unendlich. Infinity. Frühchenest, ja. Der baut hier ab. Ich. Ich nicht. Ich. Das hier aber anders, ob das hier um die Ecke ist. Ja. Ja, hier staubt das so. Ich hab Lehm bekommen. Wollen wir uns wieder zu unseren Dings zurück bewegen? Ja, ne. Von hier oben aus? Ja, wir laufen wieder da hinten. Wie sind wir eigentlich da... Wie sind wir eigentlich gekommen? Ich schau mal, wir sind hier oben, Alter. Von hier aus hier... Hier hin gesprungen? Oh, ne. Da... Nein, nicht runter gehen, nicht runter gehen. Da ist der Tod. Oh Gott, er hat mich runter geschubst. Wer hat dich runter geschubst? Er hat mich runter gestoßen. Bist du tot? Ne, ich hab Gott sei Dank keinen Schaden genommen. Für eins, denn mir geht's nicht gut. Er tut so ne komische Leiste auf, weil ich nass bin. Ja, ich auch. Bist nur voll. Verlida, ne? Alter. Es hört sich an, als würdest du scheißen oder so. Ey, es wird Zeit, dass wir uns ne Waffe bauen, Alter. So ein MG oder so. Ja Gott, da brauchst du voll viel Zeug für. Das sind soweit sind wir ja noch nicht mal. Es ist wieder dunkel, ne? Oh, ne, ey. Aber wie schlagartig, Alter. Ja, deswegen müssen wir jetzt zurück. Ähm. Wir sind wie kleine Mädchen abgehauen, ne? Ne, ne. Der hat den Bogen gespannt. Ich, weil da so ein Hase war. Hat er alles um uns stehen und liegen lassen? Ja, wir sind alle noch okratisiert hierfür. Äh, was ist mit dem ganzen Zeug hier? Damit ist doch die Scheiße. Alter, weiß glaub ich nicht, wieviel Orangen ich hab. Genug. Ja. Wichtig wärs mal zu erfahren, wie zum Henker wir irgendwie bauen. Wir haben Beton, aber was wollen wir damit? Äh, wer hat das Feuer angemacht? Mach das aus! Hallo, würdest du gleich erfrieren oder was? Und erstens muss die Nässe weg. Ich erfriere nicht. Okay. So, wo warst du denn jetzt beim Dings? Wir wollten jetzt rausfinden, wie wir was bauen können. Ja, aber wir... Materialien, Beton, Bezin, Holzplanke. Gut, wir haben Holzplanken. Was sollen wir mit den scheiß Holzplanken, Mann? Was steht denn bei Holzplanke? Benutzen Sie, um Gegenstände herzustellen. Ja, wie denn? Kannst du dann irgendwie Rechtsklick auf, dass die Holzplanken machen oder so? Oh, das hab ich nicht probiert. Ne, kann ich nicht. Passiert nix. Benutzen Sie diesen Gegenstand. Benutzen Sie diesen Gegenstand. Okay. Ich hab zum Beispiel Erdmagma gefunden. Ja, das ist ja richtig schön, aber was wollen wir mit dem Zeug, Mann? Ich weiß nicht, wir sind gerade echt aufgeschmissen. Müssen wir jetzt wirklich noch solche Blueprints finden oder sowas? Äh, hör auf, nein. Dass das jetzt so gesehen der Standard ist. Ja, aber woher denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Hier gibt's Städte. Wie ist das? Es gibt Städte. Nur die Frage, wo sind die? Das heißt, wir bräuchten eigentlich mal ne Karte. Ne, ich mein' zum Beispiel auch Sachen wie Tierfett. Du musst das ja irgendwie herstellen können. Das kann ja nicht sein, dass du dir aus den Rücken ziehen musst oder so. Ja, es gibt ja noch andere Steine, die du, ja, Tierfett, vielleicht gibt's ja noch andere Tiere. Das heißt, wir müssen andere Tiere finden, die wir auch noch töten können. Ja, aber woher kriegen wir ne verdammt... Wie können wir bauen, Alter? Brr... Daniel, weißt du... Ich hab mich verlaufen. Wie, du hast dich verlaufen? Ja, ich steh hier vor dem großen Ring, also den Steinring. Was? Wie weit bist du weggelaufen? Ich überleg grad vom Steinring aus... Alter, nein! Daniel, ich geh dich holen. Ich komm. Ja, geh mal hin. Ähm... Was? Schau dir den an, Alter. Links bei dem Steinring vorbei? Nein, nein, bleib mal bei dem Steinring, Alter. Ich hab mich verlaufen. Alter, das sieht doch alles gleich aus, Alter. Ich hab mich verla... Ich krieg gleich, Alter. Ich hab sowas hinter uns. Daniel, unter dem Steinring ist doch ein Haus, ne? Ähm... Ist grad dunkel, seh ich nicht. Wie, Alter? Da... Was? Wenn ich jetzt losziege und du dort nicht bist, ne? Direkt beim Steinring. Ja, und da ist doch ein Haus. Das seh ich vom Weiten, Alter. Also unter Ausrüstung fallen nur Klamotten und all so Müll. Ich mag eben. Ja, ich glaub... Ja, das ist ein Haus. Genau. Waffen, gibts Schrotflinte... Was ist damit? Äh... Ja, bleib mal bei dem Haus. Ich komm zu dir. Ach, ihr habt Feuer an, ne? Ja. Auf der anderen Seite seid ihr... Ach, nee, 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 nee. Nicht auf... Da ist ja... Eine andere Bees. Bleib bei dem Haus. Bleib bei dem Haus. Papa kommt durch Ruhe. Als wär ich fast so ne Feine hier rüber gerannt. Hallo, hier bin ich! What the fuck, verdammt doch mal. Wie kann man denn die ganze Kacke herstellen? Hier, Daniel, ich bin da. Hallo. Das sind, glaub ich... Das sind, glaub ich, unsere Freunde. Daniel? Daniel. Hier bin ich. Kommst du? Naja. Wo läufst du denn hin? Einfach so. Man kann ins Haus von denen da rein springen. Oh, ja. Ach, da seid ihr jetzt wieder, oder? Wir sind bei diesem runden Kackstein. So. Wo bist du? Ach, um den Steinblock rum. Ja, sag mal, jetzt komm ich her. Siehst du mich? Ja, das Gebiet wurde weggenommen. Wie hieß das, der Dreier? Ja. Alter, super ey, voll geil geschrieben, weil man die Taste mitgedrückt hat. Oh, danke. Bei dir deine Musik fünfmal hinter mich gucken, ob du noch da bist, ey. Wenn ich sag schon, wenn ich die immer sehe. Warum muss der Hase von dort weg gerannt? Keine Ahnung. Weil die ja die Aufgabe haben hin und her zu rennen. Wer will ich hoffen nicht, dass der hier... Ah, jetzt hab ich mich verlaufen. Krier, ne, hier hoch? Ne, da eigentlich noch nicht. Die gehen da unten lang. Wir wissen nicht, wie wir Wände bauen. Ja, frag mal, wie baut man Wände und Scheiße, ey. Werde ich wieder nass? Oh, ne, das ist Hunger. Daniel, warte auf mich. So. Da hoch jetzt, hier rechts. Das ist aber dumm, mit dem Ding hier. Dass die Bewegungsgeschwindigkeit ist bei mir bei 4,5. Ich hab die ganze Zeit nicht gefroren. Ne, ich bis jetzt auch. Oh, ich friehe jetzt. Neun Minuten habe ich noch. Dann ist es vorbei. So. Hey, wieso kann ich das nicht berühren? Jetzt, er. Dann machen wir mal jetzt den Schnitt. Ich sage, tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao. Du sagst, dass ich nicht. Ja, ich auch nicht. Oh man ey, wie bauen wir denn... Weißt du was, ich mach's mal ganz einfach. Hey, Leute. Kann mir jemand sagen, wie man baut? Beziehungsweise raus baut? Also wenn denn. Wir haben so ne Peilung. Die ist übel. Warte mal, ich tu mal da das durch Kohle austausch. Ah, Bauhammer. Bauhammer, Milo. Hatte ich recht, Alter. Echt den Bauhammer brauchen wir? Ich hab sogar Bernstein, glaubst du es? Ne, hast du? Ja. Ja, hab ich...